Mama Niesel regnet immer in meinem Gesicht, nachdem ich sie bearbeitet habe. Sooo... Ach joo... Ich hab Womitski immer auf dem Popo. Weil ich den nice finde, ne? Nice denke. Warte, mach ich das richtig aggressiv und dann sagt sie... Dann guckt sie so richtig traurig und dann sagt sie so... Warum brauchst du mich eigentlich? Und ich so, wenn ich das heiße, ne? Dann komm ich immer, wenn ich so einen Psychopath ankicke. Digga, du bist ein Singed Man, das weiß ich doch bestimmt auch, dass du Singed Man bist. Wenn ihr wisst, was wir gestalten hier rumlaufen, würde sie sich Sorgen um dich machen, Digga. Hey, was fackt der da hier? Ah, der fackt dich ab, Digga. Nice Digga. Ach, Hates Rush hast du, gell? Nice. Ach sooo... Der Dorian's Blade. Der Dorian's Blade-Nass-Enthusiast. Nee. Ah! Nee. Das hat er jetzt also gerade gemacht. Gegen Sinj, Digga. Wo fucking Dorian's richtig broken ist. Papa Kippo. Ne? Ist nicht broken? Ne, also ich meine jetzt Dorian's Blade. Papa Kippo ist broken. Ach so, ja. Dorian's Schild ist broken. Ja, Dorian's Schild ist ja genau das alte, was gegen Sinj designed wurde. Wie haben wir es in den early seasons? Ja, okay, es wird gegen Timo design, basically. Aber ja, Sinj ist auch so ähnlich. Dorian's Schild fickt Timo richtig hart, ne? Das ist passbar. Das hat diese Dorian's Schild mit Timo so hart gefickt, ja. Jetzt hat nix playable wieder. Hast du sie? Na, ist süß. Digga, die will den Junkner abfacken, sonst stirbt sie einfach deswegen. Digga. Hat sie Flasht, hat sie Flasht, hat sie Flasht? Äh, ja, nein, 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 das ist nicht jetzt. Aber glaub ich, egal, was ich will, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Was macht der da jetzt eigentlich? We win, we win, we win. Why are you going out? Why are you going out? Are you ill in the head, or what? Digga, bei mir alles FPS. Digga, like what the fuck, warum geht der denn raus? Muss sein, ja. Und dann wundern willst du mich nicht auf jeden Fall. Digga, was macht der Nasens da gerade? Das macht der jetzt gerade. Hä? Okay. Nicht viel, weil ich drauf, boah! Ah, nice Digga, nice. Zum Glück breitze ich keinen Thriftshot. Kaputt, boah. Hä? Die will sich auf jeden Fall keine Items kaufen, Digga. Ne, ist egal. Okay, hab ich schon was verpasst, oder was? Ja, ja, alles verpasst. Ich hab den Nasens tot beleidigt, den Blanc tot beleidigt. Digga, er ist jetzt Schien gekauft einfach. Wie soll ich denn fighten? Oh mein Gott, alter Digga, Junge Mann. Digga. Digga. Läuft. Jetzt hätte ich noch mal getuehen können, ey. Nicht so schlimm. Hä? Äh? Äh? Ah, nein, äh, nein. Ah, nein, äh, nein. Einfach sein ehemal, er hat einfach sein ehemal, er hat einfach sein ehemal. Er hat einfach sein ehemal. Ne, jetzt direkt. Ja, Digga. Ich weiß halt nicht, was das hier ist, Digga. Was du gemacht hast, noch kassiert. Zwei Stück, ja. Zwei Stück, ei, ei, ei. Push-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach-Mach. Ja, aber ich reiche nicht, weil mein, weil der Slow zu krank ist vom Rap-Buff. Ja, das war's dann mit dem Game. Mein Lucky, mein Lucky. Jetzt, äh. Ja, weil die Weiße aus so einem Cringe-Champion, ne? Das ist unfassbar, ey. Äh, na, ich hasse den Champion auch. Ich hasse das, wenn du, wenn, ich hasse es, wenn es Spales gibt, die einen komplett zerstören, die undodgeable sind, Digga. Wo du nicht drum herum spielen kannst, weil die aus drei Millionen Range nicht CC'n, Digga. Was ist das, Digga? Jetzt mal ohne Spaß. Ja, gute Combo, Digga. Gute Combo, Alter. Die Super war's richtig gut, ey. Sie drückt W, Ult Q, Digga. Nice. Und schau einfach mal, ihre Kette zu usen, Digga. Jetzt sie hat sich mal versucht, ihre Kette zu usen, weil die so Shit in dem Game ist, ey. Leute, das ist ein AD-Chako-Super. Deswegen hat er mir auch so viel Damage gemacht. Dann kommen die Jinx-Rocket leider. Ah, nice, stoppt einfach. Na ja. Kannst du das Game Carrying eigentlich? Ja, safe. Wir haben ein schlechtes Team. Wir beide können das zusammen killen. Ja, ja, genau. Ich meine, aber leider meine ich das. Leider kann ich ja nichts mehr machen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen pfeifen. Ich schiebe sie das einfach. Keine. Ah, und er geht einfach für den Drake jetzt. Da, das hat er jetzt gemacht. Oh, du schluckst die Kette. Das ist nice. Die Link war das, ne? Oder die Rechte? Ja, Link. Und ich möchte das. Nee, komm. Das ist ein Szenario, wo du kein Ghost auf Nasus nimmst. Äh, brauchst du mal Ghost, aber nicht die Pisa und Flash. Na ja. Ja, was ist das, Mann? Ich hab schon wieder von uns schon einfach gefressen. Digga-Blog konnte zu dir kommen. Ja, ich weiß was. Der hat ihre Play-Ding aber dann nicht genommen. Von weg. Ah, der hat ja eine Changi-Use, Digga. Wenn du die in der Busch kenne. Ich hasse es, wenn Leute sterben. Die denken dann immer so. Ich werde jetzt ein bisschen abpacken. Nee, ist egal. Ich kann jetzt resetten. Digga, ich hab den ganzen Top-Set gekippiert gerade. Geil, Alter. Du bist so strong, ey. Holy shit, Mann. Do not look yes, Mann. Do not look yes. Do not look, Digga. Digga. Geil, Alter. Kennt ihr überhaupt Proxy Ginger diese Technology, Digga? Ist auf jeden Fall ein Bot, Digga. So viel kann ich nicht sagen, ey. Nee. Digga. Digga, du wirst so Terror machen gleich, ey. Ja. Digga, was geht denn da ab? Uh, du hast den richtigen Killed, ja. Aber Kasiks weiß nicht, was er hinten war. Unlucky, Digga. Aber gut, ich hab den Killed noch bekommen. Was will der da jetzt machen? Digga, was machen die da? Das macht er da auch. Ich weiß, ich weiß nicht, was hier da schon wieder passiert. Geht erst mal ein bisschen aufs Maul, Digga. Na, Töte ist jetzt weg, Bro. Sonst soll ich nicht mehr so flüchten. Na, das ist halt immer noch ein Stronger Champion, ne? Ja. Es ist schwierig, ihn zu kämpfen, weil er ein Kug macht und dann 500 HP kriegt. Naja, und auch seine Ulti drückt und auch immer random die 500 HP, denke ich. Oh, das war ein nicer Clip. Hast du den drauf? Ah, Leute, der drittst du ja mal um, Digga. Digga, diese Elo ist so... Das sind so Dogshit, Digga. Yeah, buddy! Yeah, buddy! Lightweight! Digga, die kriegen schon wieder einen Drake. Was ist das? Die kriegen schon wieder Kills und Drakes und alles, Digga. Digga, wie ist unsere Botlane-Pier 10? Digga, vor allem Digga, der Chaco ist ja auch nie in der Botlane, Digga. Sie hat ja auch in der Mittlane am Gammeln. Warte mal. Okay, aber sie musste dann geflasht haben, no? Weil sie hatte keine Ulti ab, deswegen dachte ich, sie muss eigentlich noch da stehen. Als wünsch ich könnte sie blicken lassen. Okay, ganz vergessen, ganz vergessen. Lass sie, ist schön. Jetzt gleich rein. Noi. Ah, das loot ich nicht, Alter. Ist okay, ist okay. Wir fangen die, oder? Ja? Ne, ich habe das Tool-Dons, ne? Oh, da ist der Kombo noch! Oh, da ist der Kombo noch! Oh, da ist der Kombo noch! Ich muss dir vorstellen, ich mit Swifties kann sie jetzt grad da nicht downchasen, Digga. Ich kann sie da jetzt grad nicht downchasen. Das muss ich dir vorstellen, das ist der Klon, das ist der Klon. Nein! Oh mein Gott, schon wieder, Digga, mein Gott. Digga, was machen die da eigentlich? Digga, ich bin jetzt schon dreimal an der Jinx Rocket gestorben, ne? Das kannst du mir mal vorstellen, Digga, dreimal, dreimal. Und Digga, und diese Huren so, da erlauben sie sich jetzt an der Jinx zu sterben, Digga. Was machen die denn? Äh, was macht der Lister da? Keiner Haar, Digga. Das sehen wir einfach ständig, ne? Digga, what the fuck is this guy doing? Digga, ich glaube, der hat ein paar, äh, ein paar, Sekunden nicht mehr geguckt, wo die Teammates waren, Digga. Naja, ich bin da. Leider wurde ich gerade geblockt. Ah, es reicht trotzdem nicht, um die Box zu dodgen. Voll. Das ist das nice, gegen Shaco zu spielen, dass ich immer beide sehr schnell kille. Jaja. Ich weiß auch gar nicht, was das wieder beim Shaco war, Digga, richtig random. Du hast mehr gefeiten. Wollen wir feiten? Ja, komm, wir machen. Also, wenn du irgendwie einen Flip kriegst, sag ich mal, der gut ist. Kann tanken einfach, ne? Nice. Ah, die hat mein Camp leider gemacht. Ich bin weg, ne? Ah, nein, nein. Mann, das ist aber auch so cringe, Alter. Man ist immer 50-50, Digga. Und die haben immer alles ab, junge Flash, Dings, alles, Mann. Ohne Witz, das ist legit cringe, ne? Die machen keinen Damage bei euch, ne? Ich weiß nicht, ob die die bekommen. Ich weiß nicht, ob die die bekommen. Ich weiß nicht, ob die die bekommen. Ja, super. Let's go. Okay. Das meint, ja, nice. Ich bin auch gleich da. Ja, Digga, herzlichen Glückwunsch, äh, dass er mich noch killt, äh. Weil der Karris macht auch gar kein Damage, weil der fulle Fidelity spielt einfach, anstatt man mal irgendwie sich einen Blickkleber zu holen oder so. Naja, okay, Digga. Ah, okay, ich weiß, wir haben gestartet, ja, Mond. Ah, aber der Ashe, Uli, vielleicht wäre mal praktisch gewesen, Digga. Ey, Weiß, Botzeit, ne? Wenn ran du jetzt nicht, Digga. Wollen wir den machen? Ja, wir könnten das machen, ne? Der Nasus war auch Botzeit. Ja. Der Nasus ist immer noch da, ich meine, der kannst du EP'n, I guess, aber... Ja, let's go. Können wir einen TP vom Nasus zumindest mal rausfallen und dann fighten einfach. Ja. Oder wir gewinnen einfach das Spiel. Ballyard, bitte! Könntest du sie? Ich geb ja jetzt, Gott. Ich muss leider seine W, aber... Ich weiß... Magst du Streber? Ist schon nice mit intelligenten Menschen zu sprechen, Digga. Ja. Aber es gibt halt auch Wurzeln und darunter. Ja, die meisten sind auch... Ja, die meisten schon, aber manche sind erprägliche. Ja, meine Ego ist das wie Jonas oder so, Digga. Ego ist ja egal, die Rassen dann richtig aus und die mit irgendwelchen Strebern sprechen. Die kommen gar nicht damit klar, Digga, wenn jemand intelligenter ist als sie. Ja, genau, genau, genau. Ich soll einfach mal zeigen. Oder irgendwas besser weiß in irgendeiner Form, Digga. Oder irgendwas besser weiß in irgendeiner Form, Digga. Ja. Und mich am besten. So ein OP-Champion, Digga, ne? Das ist unfassbar, ja. Ja. Gibt es den Gegner, der wieder am Anstellen bist, Digga. Ja. Die haben auf jeden Fall richtig viel machen können, diese Silberflaps. Ja. Ja. Oh mein, Digga. Ja. 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 Ja, Digga, nirgends. Es war irgendwie easy, das Game, aber es war richtig cringe. Ja, es war ... Digga, der Play-Side von mir ist halt cringe.